Einmal gucken, nur gucken! Keep smiling! Schmeckt's, Arthur? Lecker! Was trinkst du da? Neue Weih! Wie heißt der? Keine Ahnung! Irgendwas mit Feder! Federweißer! Federweißer! Das ist jetzt der rote Muskat. Jeder hat. Muskatrüffel, die testen wir gleich. Wenn die Mädels aus der Toilette rauskommen, dann gucken wir, ob die was sind für 5,50, 7 Stück. Leichter ist ein Gesichtausdruck. Hölzchen! Wow, super! Sehr schön! Wie ein Fenster! Ah, er sprengt Werkzeug! Isn't das so? Einmal! Der ist ein Hitschner! Wo ist sie eigentlich? Wie ist sie jetzt? Wollen wir? Weiter! Ist er hier? Ja! Es ist ein Hitschner! Es ist ein Hitschner! Zwei, zwei, zwei! Hallo! Die ganze Nacht, die ganze Nacht, die ganze Nacht, die ganze Nacht. Die ganze Nacht, die ganze Nacht, die ganze Nacht. Die ganze Nacht.